So, hey Leute, herzlich willkommen zurück. Nun gehen wir los und töten ein paar Zombies, wenn sie uns nicht vorher töten. Was ein Spaß. Alter. Alter. So, meiner Meinung nach sind es nur noch drei. Und einer davon ist so ein Hoch- und hier das Drecksding. Den muss ich auf jeden Fall mit einer Kugel ausschalten, den Hochtrainierten. Wuhu. Äh. Nimm mal ne Flasche, Bör. So, hat das jemand gehört? Alter Leute, jetzt kommt schon. Macht mich nicht schwach hier. Du sollst das Ding nicht schütteln. Den wir hätten, dann kriege ich halt den Tag mit. Blatt. Ohne, dass die anderen was mitbekommen. Ohne, leck mich auf den Arsch, Alter. Ein 1 Sprinten, um frei zu kommen. Wuhu. Wuhu. Aus. Ja. Alter. Stirb. Stab. Alter, mach mal das. Ah. Okay, ihr könnt kommen. Wuhu. Na. Ah, Hauptsache, bis nach der Wollermunition. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Das sind mir die geilsten, oder? Das ist... Hallo. Ah, wieder Munition. Alter, schlappen. Ah, Ziefelstein. Noch ein bisschen was zum Verbandszeug, mähtisch. Eigentlich wollte ich ja den einen da abknallen, aber irgendwie sieht es aus, ob das nix geworden wäre. So. Ah. Jetzt auch, kannst du mir lange halten hier. Ah, die sind gar nicht so blöd, wie sie aussehen. Ah, den Drucker als Türstoppe. Siehst du? Alter, was hier wieder alles rumliegt. Oh, die Taschenlampe an. Oh, oh. Ist die richtig reich. Wow. Was heißt wow? Gehen wir es an. Hier können wir durch. Vorsichtig. So, dem einen habe ich jetzt zweimal... ...ein Messer in den Holz gehauen, deshalb... ...habe ich jetzt kein Messer mehr. Das ist blöd. Jetzt würde ich sagen... ...tun wir mal kurz... ...ein Messer herstellen. Können wir nicht, weil uns eine Klinge fehlt. Schön. Da fehlen so ein Lumpen. Ja, alles. Optimal, ja. Warte mal hier. Ah, da haben wir noch eine Klinge. Und hier noch ein Ding. Jetzt können wir uns wieder ein Messer herstellen. Yeah. So. Wunderbar. Der Messer hergestellt, oder? Nehmen die Leute hier hin. Ne Wollwein. Der hat keinen Ladehemmer. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erst mal ruhiger angehen. Mhm. Du willst es ruhiger angehen? Wäre ich auch dafür, oder? Hey, du sagst es doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja. Nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Wow. Der liegt wohl schon... Nochmal Alkohol. Der liegt wohl schon etwas länger hier, ne? Liegt bestimmt an dem ganzen Alkoholwurt da rumgelegen. Da hat er eine Alkoholvergiftung gehabt, der Junge. Was denn? Ich muss duschen. So. Da ist so gar nichts. Wo ist das Mädchen? Aber da ist es ja. Ich glaube, ich weiß nicht mal ihren Namen. Wurde aber vorhin bestimmt schon mal gesagt. Ich habe sie wieder vergessen. So. Hier drüben. Habe ich gerade einen Lappen gefunden? Ja, einen dummen Klassensprache. Mehr. Hm. Wir haben hier ein paar Zahnräder. Gehen wir alle her hier. Ganze Zeug. Alles mal einsammeln. Ich weiß nicht, wozu man das brauchen kann. Aber wir wollen ja nicht sterben. Nur weil ich... Dass ich ein... Ein Zahnrädchen nicht gesammelt habe. Ja. Die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Ja. Ja, okay. Das ist klar. Das ist klar. Auch. Alkohol. Noch ein Lappen. So. Und nun, jetzt stehen wir hier rum, ne? Schätzi. Also irgendwie ein leichtes Sackersen. Auch nur ganz leicht. Weil bestimmt irgendwo noch ein Weg ist. Und ein Weg ist auch ein Ziel. Ach man. Tja. Also hier ist aber definitiv kein Weg mehr. Vielleicht kann ich mit dem irgendwas... Hm. Ehe Leute, also wirklich. Transfer to Orange. Exit. 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 Ah, scheiße. Hab doch voll die Taschenlampe draufgerichtet. Hier ist es... Okay Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Mach ich. Hm. Wie viel sind denn das? Klicker lautlos. Klicker können sich auch noch hören. Wenn du dich duckst. Leicht am Tippen und dich leicht bewegen. Wie viel Klicker haben wir hier? Hm. Das hat er hier. Alter. Alter Scheiße. Alter Scheiße. Was ist denn das? Zwei. Drei. Soll ich die ausschalten? Oder vorbeischleichen? Von dem ist die sind halt saurobust, ne? Das ist so. Einen da muss ich mal ausschalten. Aber die scheinen blind zu sein. Das ist schon mal wiederum eine gute Sache. Und das einzige... Oh toll, das sind doch vier. Das einzige, was hier keine gute Sache ist. Oh, einer weniger. Warum wird da die Blutlarge größer, wenn er hier liegt? Das verstehe ich jetzt nicht so. Oh. Leute. Gut wäre, wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss. Verdammt. Oh. alles klar so wie aussieht kann man die nur mit einem messer töten und sonst gar nicht oder halt erschießen erschießen ist wahrscheinlich das problem hat diese verdammt das ist gar nicht gut jetzt lassen wir durch hier mit irgendwie auf die andere seite hier nicht lauf Leute lauf lauf oo scheiße oo scheiße oo scheiße oo scheiße hallo Leute ich bin hier mit ganzen beschissenen Drecksviecher scheiße das ist das kassel aus ein na Das Leben ist hart, nicht wahr? Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass wir da hinten lang müssen. Dort ist doch schon mal eine schöne Sache. Vor allem, ich habe nur ein einziges Messer. Und die sind halt so verdammt stark, die da. Warum auch immer. Obst du immer, dass die potthäßlich sind. Ich finde sie auch noch verdammt stark. All right. All right. All right. All right. Hör auf zu rennen! Laufgefähr ist gemütlich, ihr Idioten! Also wo seid ihr? Vorsichtig, vorsichtig! Kommt er wieder hierher? Geh noch nicht! Alter, da sitzt ein normaler, oder steht ein normaler Zombie! Oh kacke! Das sieht mir grad nach! Gut! So, und hier? Ist das ein Sucker, aber gehts hier weiter? Scherz, oder? Das ist ein Scherz! Das ist ein richtiger Scherz! Ja Leute! Leute! Ich muss hier irgendwie raus! Oh, guck mal, da läuft der! Oh, mir rennt mal alle gleich hin! Der bräuchte auch mal Schleimlöser! Da verschleibt der Junge! Oh, Mann! Hier lang! Wir haben es fast geschafft! Na los! Mist! Das steht mir doch! Ich bin direkt einer davor! Ich bin direkt einer davor! Ich bin direkt einer davor! So, nun! Dann sind wir hier dringend raus, oder? Leute! Komm! Na! Das war dann wohl doch nicht der richtige Weg! Alter, 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 alter! Alter, alter, alter! Besser her! Aha! 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 Beeil dich! Ja! Okay, ja, da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit. Aber auf jeden Fall haben wir das Glück, aber ich kann einfach kein Verbessertes Messer herstellen! Da oben müssen wir hin! Ich muss jetzt nur irgendwie ganz kurz bevor wir diese Folge hier beenden den, ähm jungen da mal wegschwaden ohne dass er uns bemerkt! Ohne Witze! Wie soll ich denn das machen? Ich kann ja höchstens von hinten greifen! und dann warte abstechen und dann hoffen, dass wir da schnell hochkommen irgendwie auf auf Leute, auf, 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 auf! Wir haben nicht ewig Zeit! Wir haben nicht ewig Zeit! Alles Weitere sehen wir in der nächsten Folge! Bis dahin, macht's guten Tau 3! Bis dahin!